Ich möchte euch ein paar Dinge fragen, die mich beschäftigen. Oft gerate ich in Panik, wenn ich daran denke, welche Richtung mein Leben nimmt. Sehe ich richtig aus? Verdiene ich genug Geld? Bin ich glücklich? Ich kann nicht anders, als mir ständig Sorgen zu machen. Was wäre, wenn ich alles verliere, was mir lieb ist? Und wie kann ich mich daran erinnern, dass dies mein Leben ist? Mein einziges. Ich will dir helfen. Kann ich dir helfen? Wenn ich nach Hause zurückgekommen habe, hat es nichts zu tun. Wenn es das ist, dann kann ich mich nicht mehr machen. Ich bin Geisha. Du bist ein Geisha? Ich bin Geisha. Der letzte hier. Du bist so elegant. Du bist ein Elefant. Das ist, dass du mit einem Gehirn gehst. Du hast ein Gehirn gehst. Du hast einen Gehirn gehst. Du hast einen Gehirn gehst. Untertitelung des ZDF, 2020